...gibt vor allem beim Einturnen die notwendige Sicherheit. Mit Maria Nicolita eröffnen wir den bunten Reigen Anboden. Sie hat die gleiche Übung wie Kims Meshkal. Beide haben sich natürlich unabhängig voneinander für dieses Stück entschieden. Mit Maria Nicolita. Vorbereitung für die letzte Bahn. Eine saubere Übung von Maria Nicolita, aber natürlich keine Übung, die ihr Chancen gibt, Weltmeisterin zu werden. Noch einmal eine Akrobatikbahn, der gestreckte Doppelsalto.